Ein Teil der Gesellschaft folgt blind denen, die sie gerne führen, in Richtung Gefangenschaft, ohne zu bemerken, dass sie hintergangen und benutzt werden, dass sie eigentlich ihrer Freiheit beraubt werden, von denen, die ihnen Freiheit versprüchen, aufgrund der Tatsache, dass sie uns immer mehr verpflichten und Konzepten unterwerfen, die uns entbrechen. Sich selbst sprechen sie aber Sonderrechte zu, die ihnen ermöglichen, das Recht zu umgehen. Erkenne die Wirklichkeit, erkenne weg welches Recht, lasse es dir nicht nehmen oder einleben, du hättest kein gleiches Recht, wie die, die in Sonderrecht leben. Lass dich nicht benutzen oder ein Geist schlossen. Lass dich nicht benutzen oder ein Geist schlossen. Lass dich nicht benutzen oder ein Geist schlossen. ... Untertitelung des ZDF, 2020